www.hanf.de Wir stehen hier im ersten Freizeitpark im Hanffeld. Er ist direkt am Stadtrand von München, neben der U-Bahn-Station Garching-Hochbrück an der U6 und der Autobahnausfahrt Garching-Süd an der A9. Mit unserem Konzept wollen wir ein sinnvolles Ausflugsziel schaffen. Wir wollen die Komponenten Bildung und Natur mit dem Spaß zusammenbringen, der im Vordergrund stehen soll. Unsere Besucher merken gar nicht, wie sie etwas über die Natur beigebracht bekommen, weil das alles in Spielen integriert ist. Das heißt, man hat einen spaßigen Tag, geht danach nach Hause und hat jede Menge Wissen mitgenommen. Wir befinden uns hier auf unserer über 3000 Quadratmeter großen Aktionsfläche. Und hier herrscht im Moment noch eine Riesenbaustelle, weil wir für euch hier nicht nur einen tollen Erlebnis-Spielplatz aufbauen, sondern auch eine Tipi-Landschaft, einen schönen Biergarten, eine Strohhüpfburg, einen grünen Lehrpfad und natürlich auch eine Ausstellung zum Thema Wasser. Auf über 35.000 Quadratmeter Hanf begibst du dich auf deine ganz eigene Entdeckertour. Wir haben jeden Sonntag ein ganz spezielles Familienfest. Dann haben wir Geisternächte, die wahrscheinlich größte der ganzen Welt. Wir haben Ritterfeste, wir haben ein grünes Klassenzimmer und wir haben die Kinderuniversität. Für jeden das passende Programm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir nicht nur Wissen rund um die Nachhaltigkeit vermitteln, sondern dass unser Ausflugsziel komplett unter dem Kernpunkt Nachhaltigkeit steht. Das heißt, unser Ausflugsziel verschwendet keine wertvollen landwirtschaftlichen Flächen. Wir bauen sogar mit Nutzhanf einen wertvollen nachwachsenden Rohstoff an. Ihr habt Bock auf eine neue Location? Wollt euer Event in einem coolen Ambiente genießen? Dann kommt zu uns. Wir können feiern von 2.000 bis 2.000 Personen bei uns machen und haben hierzu die idealen Flächen. In einem tollen grünen Ambiente könnt ihr bei uns feiern. Mit der U-Bahn bist du direkt bei uns. Und auch von der Autobahn sind es nur wenige Meter bis zu unserem Feld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lebe deine Freizeit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.